Ich habe mir eine schöne Minestrone noch heute Abend gekocht. Sogar die Kamera beschlägt hier von der Hitze. Okay, und das schmeckt wunderbar. Schön noch Knoblauchkarnik rein, Zwiebeln rein, ein bisschen Gemüsebrühe und das schmeckt hammergeil. Ich esse ja gerne nachts. Okay, Eure Gerda aus dem wunderschönen Thailand. Okay, 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 okay. Okay, Eure Gerda mit den grünen Haaren. Ja, meine Frau mag grüne Haare. Ich mag es ja nicht so, aber okay, ab und zu her. Wenn sie grüne Haare mag, mag ich auch grüne Haare. Okay, Eure Gerda aus dem wunderschönen Thailand. I love you. Und das muss man auch wieder rasieren. Okay, heute mit Minestrone. Gerade frisch gemacht. Und das, ich esse ja gerne nachts. So, lecker, lecker, lecker. Aloe, 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 Minestrone. Oh, 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 oh. Also gut. Die Gerda mit den grünen Haaren momentan. Ich ändere das bald. Ich stehe ja nicht auf grüne Haare, da wo meine Frau mag es. Okay, bye bye. Okay, I love you. Biggerda. Ciao, ciao.